hallo meine freunde heute geht es einmal um dave crafting wieder und zwar geht es heute um ringe ich habe mir dafür zwei ringe ausgesucht aber physische stil ringe und elementare opal ringe und das sind im prinzip die besten und stärksten basen weil wir als implicit halt hier einmal extrem viel physische schaden haben und auf dem opal ring extrem viel elementar schaden das heißt das ist für physische bild zum beispiel sander oder so und das ist halt für elementare bild und da gibt es halt auch tausend stück also müsst ihr euch einfach überlegen was ihr machen wollt im prinzip relativ einfach wieder mit zwei resonatoren zwei resonatoren werden wir craften und zwar craften wir wieder mit pristine um den live roll zu gewährleisten oder erhöhte chance und more physical modifiers deject ganz einfach ja so machen wir einmal den stil ring und hier haben wir auch einmal wieder den pristine und hier wollen wir more lightning modifiers weil lightning damage ist mit der begehrteste damage im poe und deswegen haben wir diese vier resonatoren auf den opal ring und diese vier auf den stil ring i level base habe ich die 83er ausgewählt mit 83 kriegt man zwar nicht die höchsten resistenzen aber ansonsten alle anderen stats und meiner meinung nach reicht 83 dicke aus die man haben will und also man kann sich halt dadurch wieder richtig richtig starke ringe craften und ich hoffe natürlich dass es heute mal wieder passt so wir fangen erst mal mit dem steering an und zwar was wir treffen wollen ist natürlich physischer schaden intelligence cold resistance naja intelligence ist eigentlich auch immer sehr begehrter stat aber der physical damage ist low resistenzen ist low und da müssten wir jetzt theoretisch noch leben drauf kraften also nicht so gut hier haben wir leben getroffen sehr sehr low doppel resistenz und physical attack damage leech ist live auch nicht übel aber leider ist das leben viel zu low wäre das vielleicht so um die 50 würde ich mir überlegen das vielleicht zu behalten so hier haben wir einmal wieder zwei resistenzen physical damage increased life recovery und increased elemental damage with attacks und jetzt gucken wir uns noch einmal an und zwar ein prefix wäre noch frei den lasse ich erstmal so wie er ist möglicherweise kriegen wir den verkauf wird auf jeden fall nicht so viel bringen aber der ist auf jeden fall mit den elementen damage with attacks physical damage harmoniert ganz gut doppel resistenz live recovery und physical damage leech ist mana möglicherweise halt für irgendein bild eigentlich nicht schlecht so hier wollen wir einmal noch mal den opa ring rollen mit more lightning mods more live mods no physical mods und zwar haben wir hier einmal dex fire damage maximum live und dann ein bisschen gedöhnt mana gaint und kill live gaint und kill naja hier haben wir cold damage live gaint live recovery von flas ganz ganz schlecht hier haben wir auch wieder irgendwie leben getroffen und nichts anderes live recovery und der letzte ist im prinzip auch wieder fire damage lightning der resistance auch nicht wirklich ein guter hier würde ich sagen müsste auf jeden fall nicht schlecht wir können jetzt aber mal den letzten können wir hier drauf freuen ist im prinzip auch nichts geworden aber möglicherweise könnten wir diesen ring hier verkaufen hat auf jeden fall gut damage drauf möglicherweise für ein bild nutzbar vielleicht kriegen wir hier auf jeden fall und sein investment haben wir definitiv raus und so könnt ihr halt versuchen hier wie gesagt doppel physiker wollen wir sehen wir wollen leben hoch sehen wir wollen doppel resistenzen sehen elemente der menschen text ist natürlich auch immer nice so eine sache das ist im prinzip das was wir hier auf dem steering suchen hier suchen wir auch so was elemente der menschen text oder flat lightning damage irgendein anderer elementare der mensch ist auch gut hohes leben resistenzen das ist so also ringslots und amulett slots variieren so ein bisschen sie sind offensiv defensiv nutzbar meistens ist halt ganz gut so eine mischung von beiden zu haben außer man hat wirklich so eine verrückten die wirklich nur damage mods drauf haben wollen aber das ist eigentlich nicht die masse der spieler möchte gerne einen ausbalancierten ring haben leben resistenzen und noch ein zwei damage mods und die mehr damage mods die höher die damage mods desto teurer werden dann auch die ringer alles klar weiter danke fürs zuhören macht's gut bis zu meinem nächsten guide